A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahi rrahmanir rahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Dem Herrscher am Tage des Gerichts. Dir allein dienen wir und Dich allein bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast. Nicht den Weg derer, die Deinen Zorn erregt haben und nicht den Weg der Irregehenden. Amen. 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 Amen.